Konnichiwa meine Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Wrapper of the Guardian of Light. Oh Gott, was ist denn mit euch, ey? So. Irgendwas hat mein Programm für ne Macke, ich weiß auch nicht warum. Denn ich musste das hier schon wieder, das muss ich jetzt schon wieder machen. Da ist schon der Greymon, der ist sauer auf mich. Das ist echt zum Kotzen. Das ist echt unfair, muss ich mal sagen. Ähm, Moment. Moment, ich hatte doch was anderes hier als Waffe. Und zwar diesen Raketenwerfer. Der macht mir mein Leben aber auch schwer. Weil der macht so viel Munition weg. Und schon ist meine Munition leer. Ganz klasse. Ach man, ich will nicht schon wieder gegen ihn kämpfen, der ist blöd. Richtig doofer. Greymon hat mich zum Fressen gern. Woo, 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 ganz ruhig, mein Kleiner. So, damit kriege ich das Leben auch weg, aber nur langsamer auch nicht. Leider. Leider. Und ich hab mich so rumgequillt. Und ich hab mich so rumgequillt. Oh, Kleiner. Schlingel, du. Ja, das Leben geht wirklich sehr langsam weg. Komm schon, wir können doch Freunde sein. Bitte. Ich hab Digimon immer fleißig geguckt, Greymon. Warum bist du so gemein? Das ist Greymon Teil 2. Den anderen hatten wir ja schon. Ich weiß, der Raketenwerfer macht viel mehr Leben weg, aber dann hab ich auch keine Munition mehr. Auch nicht so geil. Oh, war ja auch. Lalalala. Ich weiß, ich kann da Munition holen, aber das ist für mich viel zu riskant. Wenn ich nicht schnell genug bin, dann werde ich da runter hingebracht und, also, wie so ein Fahrstuhl fährt er da runter und dann bin ich tot. Das möchte ich nicht riskieren. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Das wäre nämlich auch ziemlich dämlich. So. Rieh ich hier noch von Munition her, oder was ist das jetzt? Hallo, Greymon. Auf, hier mal Feuer rumzuspucken, Mann. Autsch. Jetzt hab ich mir den Finger gestoßen. Ich werde bestraft. Ich weiß gar nicht, ob das auch schadet. Autsch. Der hat wehgetan. In your face. In your face. Oh fuck, ich darf nicht mehr getroffen werden. Stück D. Ich brauche Leben. Ich muss mal schauen, ob es hier Leben gibt. Bevor Greymon mich ganz tötet. Oh. Seine kleinen Freunde kommen. Na toll. Habt ihr Leben für mich? So mal zur... Nein, nicht sowas. Sowas möchte ich nicht. Oh Gott, nicht ins Lava rennen. Ähm, Leute. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Komm schon, Leben. Ich brauche Leben. Leben. Oh, ich kämpfe hier um mein Leben. Nein, nein, nein. Ich bin nicht getroffen. Nein. Ich habe sofort zweifelt. Gebt mir Leben. Verdammte Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Komm schon. Verdammte Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Oh, fuck. Du, oh. Komm schon. Nein. Gib mir doch einer Leben, Mann, bitte. Seid mal nicht so eine Arschlöcher. Mann, nur ein Schuss und ich bin tot. Scheiße. Oh, Greymon ist zu schnell. Warum gibt mir denn keiner Leben? Das gibt es doch nicht. Ich will nur leben. Mehr nicht. Verpiss dich. Toll, meine Munition füllt sich auf. Ich brauche aber was anderes hier. Etwas Wichtigeres. Oh, du kleiner Bastard. Ja, Leben. Ja. Ja. Haha. Oh mein Gott. Ach, Greymon, du liest mir so auf den Keks. 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 Kleiner Bastard. Halt die Klappe. Shut up. Warum seid ihr mir alle im Weg? Ich will ihn angreifen. Oh Gott, er rastet ja übelst aus. Hilfe. Stirb doch mal. Toll. Vielleicht nur noch das hier. Aber das Leben, das ist auch schön. Hättet ihr mir auch vorher mal geben können, so ein bisschen schneller. Ich muss aufpassen, dass ich das jetzt nicht aus Versehen einsammle. Muss ich im Notfall einsetzen. Ja. Meine Munition füllt sich wieder auf. Darauf warte ich doch nur. Oh shit. Muss ich aufpassen. Also der hat echt Langeweile, muss ich mal sagen. Wo ist meine Waffe, Mann? Schluck den hier, du kleiner Bastard. Juhu. Oh Gott, das war ja diesmal noch schwieriger. Puh. Splash. Total explodiert. Gott sei Dank. Meine Fresse. Puh. Sehr schön. Ich töte mein Programm, dass ich das nochmal machen musste. Ich hasse dich, Programm. Ich hasse dich. So gemein zu mir hier. So, ich mache jetzt aber erstmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Mal sehen, was wieder passiert. Und bis dann. und bis dann. Tschüss. Ich mache das nochmal ein paar Mal zombie们.